Hallo die People, Ranger McCawing zu Stelle, heute mit Zernike. Wir fangen mit einem Eier an. Ein Päckchen Vanillenzucker, zwei Esslöffel Zucker, halber Teelöffel Salz und das Ganze einmal durchrühren. Als nächstes brauchen wir einen Körnigen Frischkirchen, 9% Fettstufe. Tada, 4-500 Gramm. Durchrühren und zwei Esslöffel Mehl dazu. Schön durchrühren. Jetzt ein halbes Stück relaxen. Und nun formen wir unsere Rohlinge. Ich habe ein Stück Butter in die Pfanne und unsere Zernike hinterher. Einfach nur gut und mega lecker.